Servus, grüßt euch, euer Peter. Ich bin gerade dabei, für mein BIM-Starter-Paket wieder mich vorzubereiten, die letzten Feedbacks zu generieren und das Konzept neu aufzubauen. Ich möchte einfach immer aus meinen Fehlern lernen und das Bestmöglichste daraus machen. So, und jetzt habe ich gerade was Cooles, Neues entdeckt. Also ich habe eine Grundrissableitung erstellt für meinen Übersichtsplan. Und wenn ich jetzt auf Assoziativ beschriften gehe, möchte ich jetzt zum Beispiel einen Übersichtsplan für meine Wände machen. Dann kann ich das Ganze mit der Beschriftung hier mit einem Doppelklick reinmachen. Wird das Ganze automatisch an dem Bauteil so erzeugt. Seht ihr das? Wie cool ist denn das? Das wusste ich noch nicht. Wollt es bloß euch mitteilen. Coole neue Nummer. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Muss ich ehrlich sagen. Wie cool ist denn das? Wow. Echt toll. Das war es schon für mich. Ich wollte euch nur diese eine Funktion zeigen. Für mich ist die mega hilfreich. Eigentlich nur dieses auf automatisch. Ich finde es gut. Liken.